Ich bin heute hier, weil ich ganz strikt gegen dieses Polizeigesetz bin. Aber ich bin nicht nur gegen dieses Polizeigesetz, sondern auch grundsätzlich dagegen, dass es eine Polizei gibt. Dafür kämpfen wir als FAMU. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass die CSU jetzt glaubt, mit dem Rechtszug in diesem Land, mit der AfD, ein so massives Gesetz durchzubringen zu wollen. Und ich hoffe, dass da dieses breite Bündnis heute ein starkes Signal dagegen gibt.